Was wollt ihr? Kekse! Was wollen wir? Möhren! Möge die Möhre mit mir sein! Kekse! Das sind seine Kekse, die möchte er natürlich gerne wieder haben. Das sind diese. Davon habe ich 28 Stück. Der wiederum hat meine Möhren, die ich gerne wieder haben möchte, auch 28 Stück. Es wird so sein, dass ich natürlich, wir teilen uns gleich ein bisschen auf, dann brauche ich natürlich ein paar Bodyguards, die mich ein bisschen im Umkreis beschützen und auch ein bisschen auf mich aufpassen. Und wir brauchen natürlich Leute, die versuchen ihm die Möhren abzunehmen. Es wird so sein, dass er läuft, er wird sich nicht wehren, er bewegt sich frei und wenn jemand aus meinem Team, ich erkläre das jetzt mal für mein Team sozusagen, an ihn rankommt, ohne gehittet zu werden, dann sagt er, ich hätte gerne sofort die Möhre für den Osterhasen zurück. Dann gibt er euch eine Möhre. Er gibt alle fünf Minuten nur eine Möhre raus. Genauso bei meinen Keksen. Ich gebe nur alle fünf Minuten raus. Das heißt nicht, wenn ich bei mir jetzt, also ihr könnt mich nicht in der Reihe anstellen und immer sagen, Keks, 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 Keks. Funktioniert nicht. Die Möhrenpartei wird siegen. Dann drei, zwei, eins, Spielstart! Musik 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 Wie kommt denn das her? Ich hole noch eine reine Stachel. Kontakt, eine Knurve. Ich hoffe, ich bin ein bisschen fester. 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 Warte, 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 warte. Da ist einer! Ganz am Ende. Wird die Tornado rein? Nee, ist zu weit weg. Das wäre eine gute Aktion für das Video. Das ist so eine schräg versetzte Tür. Geh mal außen rum. Ja, außen rum. Gib mir mal Deckung. Jetzt werde ich von zwei Seiten beschossen hier. Scheiße. Was ist so? Ich glaube, ich habe ihn nicht. Ich bin dir nicht sicher. Er ist ganz hinten. Ist er bei den Gräsern? Er steht ganz hinten außerhalb. Er steht noch außerhalb. Ich glaube, er ist nicht alleine. Eins. Zwei. Drei. Oh, die Scheiße. Zwei. 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 Mein Mann würde auch passen. Alter, nix. Jasin, warst du das? Nee, ich, ja, ich warst ja. Ich hab da noch ein paar Jahre. Ich hab die Stadt gerade ein bisschen. Das ist alles sauber. Jungs kommt jetzt einer von uns. Ich hab da noch. Ich hab da noch ein paar Jahre. Ich hab da noch ein paar Jahre. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Das ist noch einer. Das ist ein Busch. Ja, hinterm Auto. Ja. Ja, die andere Tür ist weg, aber sitzt einer hinterm schwarzen Auto. Ja? Ja, hinterm schwarzen Auto vorne bei der Motorhaube. Okay, ich warte, bis du nachgeladen hast und dann geb ich die Dickung. Und dann drück ihn mal. Und dann der, wa? Ja. Ja. Das war's.